Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Age of Empires 2 HD Edition. Wir haben uns hier versammelt, um hier mal ein bisschen aufzuräumen. Das geht recht einfach, indem wir uns mal da oben so hinstellen, ungefähr da so, bei der Palme. Wir können auch die ganze Armee ein bisschen ein Stück weiter runterstellen, so ungefähr, dass wir keine bösen Überraschungen haben. Und wir greifen einfach mal, würde ich sagen, den da an. So, die geben mal ein bisschen Ruhe, die lassen sich hochhellen, momentan besitze ich nur einen Mönch, es waren schon mal drei und mehr. Aber ja, die sind aufgrund dessen, dass wir so viele Kriegselefanten jetzt unsere eigenen dürfen, ja, die haben zum Opfer gefallen. Upsi, kann ja mal passieren. Also, weg mit dem Dreck. Das sollen meine turtonische Verstärkungsgruppen sein. Äh, das wollte ich jetzt nicht. Der erste ist weg. Das zweite ist weg. Sehr gut. So, ja. Jawohl. Volltreffer. Den noch. Aha, die wollen jetzt angreifen. Okay. Dann bitte. Na? Ich müsste da hinterher. Ich müsste da hinterher. Den Elefanten, den wollen wir noch. Wollen wir uns noch, wenn's geht. So. Ihr rollt's auch mal in die Richtung. Ihr könnt's ja hier, den da schon mal plätten. Jawohl. Und noch ein Elefant zählt zu unserem Team. So, du kannst auch mal hier hinrollen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Äh, der muss weg. Ähm. So, ja. Alles erledigt. Passt dir jetzt mal dein Stück auf die Seite. Du rollst hier hinten. Bitte. Grüß dich zu uns. Ritten. Oh, nein. Richard Löwenherz gehört er. So, wie schaut's da aus? Immer schön fest da drauf. Ja, da geht irgendwie gar nix drauf. Jawohl. Okay, noch sucht's bei dem da noch. Und? Ah, komm. Das war jetzt echt für nix. Ah, die hauen ab. Warum auch immer. Äh, hallo. Bekehren und so. Okay, die wollen angreifen. Äh, ihr baut euch wieder zusammen. Äh, wo sind meine Ritter? Bitte. Drehbox zusammenhauen. Bitte, bitte. So. So ist fein. Ihr fährt's mit auch in diese Richtung. So ist gut. Da ist noch so ein komischer Elefant. Huch, der muss zuerst weg. Na los. Und gehört schon. So muss das ausschauen. Wow. Äh, schnell rauf da. Wow. Der hat seinen eigenen Elefanten gebracht. Ja. Wow. Jetzt weiter. Bitte. Bitte den Blätten. Du müsstest aber normal schon den einnehmen, oder? Halt, den Blätten bitte. Perfekt. Nein, du machst das dann. Ähm. Und ihr? Gönnen den Zutass hier. So, bitte. Kaputt machen. So. Hier dürft's auch arbeiten. So ist's nicht. Hallo. Wo geht's hier hin? Da bitte. So, ja. Schön einreisen alles. Damit wir da mal Ruhe haben, ne? Hallo. Das muss weg. Das muss auch weg. Schnell weg damit. Perfekt. So, das Dorfzentrum muss auch weg. Schön weg damit. Hier dürft's doch ohne Blätten. Alter, wie lange braucht das noch? Das sind bitte Kriegselefanten. Das bringt ja nichts zustande. Na gut. Doch, doch. Was? Bitte das Dorf einreisen. Nein, nein. So, nein. Du kümmerst dich darum. So, du könntest dich... Weißt du was? Du könntest da irgendwie was einreisen, was wir... Oder hier beide... sehr schön. Sehr schön. So, Genie bereisen alles. Jawohl. So muss das ausschauen. Schnell weg damit. So, ich mach mal mit. So, ich mach mal mit. Ihr könnt's... Oh, das passt eigentlich schon. So, du könntest da irgendwie mithelfen. Und dann... Und dann... Ihr könnt's hier... Und dann glaube ich, können wir schön langsam... Wow, Schatz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, das hab ich jetzt geschlafen. Peinlich. Nein, falsch. Die schiefgebaut ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Bubere. Bubere. Nein, kein Haus. Ein Feld, bitte. Nein, ich möchte gern ein Feld herrschen. Nein, schau. Hallo? Nervöser Finger heute. Bubere. 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 Ja, das schaut schon schön aus. Wie schaut's da aus? Was schaut aus? Ei, das Schwäle, ne? Fein. Ihr könnt's im Dorfworn hier töten, bitte. Ihr könnt's euch zusammen packen. Da? Dorf, wo in der Kiel? Darfst du auch helfen? Das ist jetzt nicht so, dass ihr da jetzt nichts machen dürft, sondern so. Du kannst... Du kannst... Lass' ich hier amüsieren. Ihr sammelt euch bitte wieder alle. Aber sonst kommt man auf keinen roten Zweig. Wir sind ja rot, ne? Farben so. Ein roter Zweig. Ja. So. Bevölkerungslimit ist schon wieder fertig und aus und Ende. Macht nix. Ihr kommt sonst nicht hierher. Und dann versuchen wir schön langsam mal... ...Richtung Jerusalem aufzubrechen. Also jetzt müssen die Grünen noch ein bisschen sterben. Na. Und wer hat so mein Elefant nun? Ein Moment. Musste ich mal kurz husten. Entschuldigung. Ich bräuchte Ritter oder so irgendwas. Bitte, Dorfbewohner killen. Bitte, Dorfbewohner killen. Ihr dürft das auch. Dorfbewohner killen. Einfach so. Zum Spaß. Dass ich soll. Dass ich soll. Ja. Wo sind hier noch ein paar Leute? Hier. Ich schätze mal, wie stellen wir das am besten an? Puh. Oh, warte mal. Vielleicht können wir da einen Elefanten bekehren. Ja, sehr schön. Ein Elefant näher hin zum Team. Bitte, Dorfbewohner killen. Bitte, Dorfbewohner killen. So, her mit euch. Ja, ist halt leider so. Das muss auch mal gemacht werden. Du kannst ruhig näher ran. So. Da. Vielleicht gehört die auch gleich uns. So, bitte Dorfbewohnerin killen. Bitte, den da killen. Bitte weglaufen. Der ist halt so langsam, ne? Im Gehen. Der wird jetzt gleich sterben. Ja, war klar. Ich habe ja auch keine Ahnung, was ihr da bitte macht. Aha. Aber ich sehe schon, wir müssten da irgendwie rauf. Und die Burg da mal pläten oder so. Jetzt ist halt auch die Frage. Würden die das Ziel da erreichen irgendwie? Ich muss mal rutschauen, wo die hinfahren würden. Ah, Dorfbewohner. Geht schon. Killen, killen, killen. Komm, werd Freund. Freund. Komm. Hopf in Gatsch. Schauen, wo die... Wow. Alter. Nicht da hinstellen. Weg da. Halleluja. So ein Arschloch. Hallo. Tut sich da mal was verteidigen? Wo ist, wo sind denn überhaupt meine ganzen Paladine und alles? Sind die jetzt schon gestorben, oder wie? Die scheinen schon gestorben zu sein, ja? Die haben scheinbar das Zeitliche gesegert. Mach dich wieder zusammen. Wir zwei müssen das Dorfzehnten dackeln. Yes, das ist na, ne? So, bitte, ne? Ihr müsst es da... Bitte. Da oben, das Blätten, ne? Du kannst da weit eh hierbleiben. So, da unten ist noch einer. Macht sie nichts mit? Das kann nicht sein. Wo kriegen denn die Gelben noch bitte ihre... ihre Leute her? Könnten wir nicht hier quasi so im Kreis schon laufen? Da so runter und dann hier her? Das müsste doch schon gehen, oder? Ich mache auf jeden Fall ein bisschen Geleitschutz. So, oder warte, machen wir es in Form von Paladin. Das ist vielleicht besser. Pesser, besser. So, dann hier. Dann hier. Gegen die Elefanten. Ist klar. So. Wo kommen die denn her? Alter. Da. Besser, mal die Wand einblicken. Weg. So. Weg zum Bagage. Verein. Echt. So. 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 Ja, da sterben alle, ne? Ihr müsst weg. Ich lasse euch sicher nicht bekehren. Warst du erledigt? Geht ja. Man braucht nur ein bisschen guten Willen. Boah, aber meine Armee ist geschrumpft, ne? Also unsere. Yay. So, das reicht schon mal. Ich würde halt schon liebend gern versuchen, den guten... Weißt du was? Ich mache einen kurzen Zwischenspeicher. Ähm, so. Ich speichere mal auf den hier. Ich möchte gerne wissen, ich nehme ein paar Paladin jetzt und schaue mir die Gegend hier mal an. Ah, ihr seid fertig. Okay. Okay, was machen wir jetzt mit euch? Gold haben wir dann eh genug. Ihr könnt jetzt eigentlich da unten beim Holz weitermachen. Bitte schön. Da sind zwei Leute noch von mir. Da unten sind ein Haufen Paladine. Da sind die verschwunden. Alles klar. Na bitte. Und dann geht's wieder. Und dann geht's wieder. Und dann geht's wieder. Und schaut euch die Gegend da unten an, ob wir mit Barbarossa schon hierher können. Nur mal so. Ob das schon möglich ist. Diese blöde Elefant. Ich mag den Elefanten nicht. Und der hat meine ganze Armee da zerlegt, ne? Boah, es ist halt echt schlimm, ne? Oh, da haben wir schon unsere Leute wieder. Ja, fein. Ihr könnt gerne schon mal nachkommen. Könnt ihr schon mal hier hinstellen. Dahin so. Wo seid ihr? Da sind ja blaue... Alter, da sind blaue Gegner auch noch. Das altert schwer in Arbeit aus. Echt. Wenn wir jetzt dann doch... Wir müssen noch die gesamte blaue Armee ausradieren. Sehe ich das richtig? Hier noch eine Burg vom Feind. Alter, Schwere. Jo, warum nicht, ne? Das ist so. Lustig. Super, da haben wir noch schön viele Eisenballadene. Ihr müsst da was machen. Das geht so nicht. Bitte. Und der Rest kann eigentlich da oben stehen bleiben. Einfach mal pläten, bitte. Passt. Ist das jetzt mal erledigt? Gleich mal pekieren. Sag bloß, es ist schon wieder ein Pfarrer gestorben. Ich glaube, ich spiele. Wie schaffen die das? Kann man den nicht bekehren? Doch, doch. Na komm, passt. Ein Drehbock mehr. Mal eben. Da können wir doch eigentlich Häuschen auch bekehren, ne? Naja. Dann haben wir schon mal eine Schmiede da. Jetzt hätte ich Depp schlauer sein können und hätte können Kasernen und das aufbauen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir machen einfach hier unser Dorfzentrum her. Das müsste gehen. Irgendwie. So vielleicht. Achso, da ist schon unser Dorfzentrum. Hoppla. Ich meine natürlich hier irgendwie. So vielleicht. So. Das ist mir jetzt soweit zum Hatschen. Oder wartet. Machen wir hier einfach unsere Kaserne und so weiter. Eine Burg geht sich zwar nicht aus, aber den Raum hat vielleicht eh nicht. Vielleicht schaffen wir es mit kleineren Einheiten, dass wir an unser Ziel kommen. Die Lagerungswaffen sind sicher auch nicht schlecht. So. Das müsste schon mal passen. So, ich kriege sofort neue Fälle. So. So. Bitteschön. Ja. Du natürlich auch. So. Er kommt sofort nach. So, schön daher. So, vielleicht kann man jetzt besser heilen. Bevölkerungslimit ist erreicht. Okay. Macht nichts. Ich brauche einfach trotzdem mal ein paar von denen her. Wo ist meine Mönchpartie? Mönche? Hallo? Gibt es keine mehr. Sind schon wieder alle gestorben oder was? Das kann ja nicht sein. Wie sterben die denn bitte? Das ist tatsächlich alle wechseln. Das ist tatsächlich alle wechseln. An was bitte sterben die denn? Machen wir halt wieder fünf. Das ist ja mir wohl sterben. Das ist ja wahr. Das ist ja nicht mehr. So, was können Sie da noch bauen? Einen Stall, bitte. So. Dann machen wir gleich mal. So. Ein Kloster. Also ich werde vielleicht da auch ein Kloster herbauen lassen. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Das ist ja nicht so dumm. Irgendwie so. Eine Burg geht sie halt nicht aus. Ich meine, wir könnten schon Steine kaufen. Wie teuer wäre denn das? Wie viel wird es denn kosten? Ach du Heilige. Holz können wir auch noch ein bisschen verkaufen. Essen vor allem. Dann können wir hier glatt noch eine Burg hinknallen. So. Vielleicht da so hinten. So irgendwie, dass sie alles beschützt. So. So. Das passt auch schon. Da haben wir auch schon was. Da. Ich könnte die gleich. Du kannst den gleich mal pläten da. Ähm. Vielleicht. Ein paar Palette, die haben wir noch. Die sollen da gleich mithelfen. Boom. Jawohl. Volltreffer. Jetzt ich nochmal raus. Ja, schau. Wie schön. Jawohl. Passt. Hast du deinen Sohn schon erfüllt. Passt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das werden wir auch noch schnell entwickeln. Dann sind wir hier auch schon fertig. Ich würde mal sagen, die sollen hier mal da drüben bei den Grünen was einreißen. Ähm, vielleicht, wir haben nur noch ein Triebock, kann der helfen. So vielleicht, oder lassen wir den allein. Und wir stellen uns mal hier hin und reißen da mal die Wand ein oder so. Das kann man ja nämlich auch gut machen, ne? Du stellst dich auch hier rein. Dann passiert uns vielleicht nichts was. Die Burg ist fertig. Perfekt. Ich könnte weiter beim Holz arbeiten. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Da haben wir was in der Nähe. Das passt, glaube ich. Oh Gott, hier an der Part ist auch schon wieder zu Ende. Da, 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 da. Was soll das? Äh, Mensch, habe ich jetzt keiner. So, ihr geht's mal alle... Schau mal, ihr geht's alle mit herunter. Da ist ja noch eine schöne Burg. Ach, herrje. Ich müsste ein bisschen schneller gehen. Das geht so nicht. Die Burg muss auf jeden Fall weg. Die stört extremst. Äh, mein Ding, das kann man auch gleich mit. So. Bitte, auf die Elefanten. Wie geht's hier hin? Puh, Fahrraddienchens. Ich brauche euch da. So. Was? Die werden sterben. Die müssen weg, die Elefanten. Was gibt's hier denn, dass die doch noch am Leben sein dürfen? So, Hall und Rebock weg tun, ne? Ja, nein. So. So. Na, großartig. Da kriegen wir richtig schön eine aufs Maul. So, haben wir's gern. Perfekt. Kommt's noch schön leer. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Ach, nein. Bitte, Burg. Jetzt geht's. Ich sterbe. Dann geht's hier noch weiter, ne? Boah. Ne. Was ist denn los? Ja, da fällt mir grad ein, hier steht's hier auch ein bisschen blöd, ne? Aber ich müsste dich auch neu positionieren, die was von da oben herkommt, sozusagen. Also da her. Genau so wie ihr. Da her. Und so wie ihr. Da her. So. Schon besser. So. Tadam. Perfekt. Das ist jetzt unser Gebäude. Das ist unser Gebäude. Wie schaut's hier jetzt aus? Schön. Sie haben's geschafft. Das wird auch gleich mal hinweg gemacht. Ja. Und tun wir's wieder sammeln. Beziehungsweise wir zwei können's hier das Tor einreißen. Und dann hier die Mauer auf den Maul rein. Ja gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part wieder. Die gelbe Mannschaft hier ist ja schon ziemlich am Ende, ne? So, bitte. Die Wand einreißen, ne? Wir können jetzt vielleicht hier, wenn's wieder flinkt, die Mühle. Oder es wird die Kaserne da zerstören. So, ja. Aha. Hoppala. Ich muss mir da irgendwie einen Weg durchbahnen, durch das Ganze hier. Also wir, besser gesagt. Das wird schon irgendwie möglich sein. Ich denke auch die hier. Aha, Gold fehlt. Sind wir schon so weit, dass da Gold, dass das Gold verschwunden ist. Was ist denn hier passiert? Hm. Mysteriös. Na ja, ihr trefft sich bitte auch hier. So, schön draufgehen, du Plumpert. Schön draufgehen. Wie passt. Unser Dingens ist kaputt. Okay, Dripok ist zerstört. Das wäre aber gut, wenn wir nicht so zwei hätten. Aber ja, wie gesagt, Gold fehlt, ne? Das heißt, wir müssen was verkaufen. Essen und Holz haben wir mehr als genug. Vor allem Holz, da mache ich mal runter auf 2000, genauso wie beim Essen. Runter auf 2000 circa in etwa. Na, würdest du? Okay, ihr Holzfäller da, ne? Das ist ein bisschen weit zum Laufen, was ihr da habt. Lauft es doch hier runter und helft es da mit. Ah ja, du bleibst noch da. Für dich brauchen wir erst noch eine Eskorte, ne? Also gut, ihr Lieben, ich beende jetzt mal den Part. Und im nächsten machen wir hier frisch fröhlich weiter. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!